Hallo, mein Name ist Jane und ihr werdet es verstehen, dass wir noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Willi ist der Produzent und Musikpartner an meiner Seite, er ist der Mensch, mit dem ich total gern zusammenarbeite. Die Texte stehen, die Melodien und der Sound fast auch, doch ihr wisst ja, dass gute Qualität seine Zeit braucht. Wir machen Musik im unterschiedlichen Stil, vielen, die es bisher hörten, denen es gefiel. Vom Balladen, Rap, Pop, Dance, alles ist am Start. Damit es euch gefällt, arbeiten wir extra hart. Einen kleinen Ausschnitt, zwei verschiedene Songtexte, die können wir gerne bekommen. Dafür haben wir uns ex noch einmal die Zeit genommen. So, das muss vorab erst einmal genügen. Wir wünschen euch beim Anhören viel Vergnügen. Wir bitten euch sehr, habt noch ein wenig Geduld, ihr werdet sicher nicht verreuen. Wir hoffen doch sehr, ihr werdet euch zum Schluss über die Ergebnisse freuen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, was auch immer er euch noch bringen mag. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir wünschen euch einen schönen Tag.